Hallöchen und herzlich Willkommen zu Let's Retro, meiner neuen Reihe. Wir sind hier schon bei Part 2 von The Secret of Monkey Island. Und ich habe auch schon meine drei Aufgaben hier von den netten Herren bekommen. Nur, ähm, habe ich jetzt nicht mehr so ganz am Kopf, was ich genau machen soll. Wir sollen, ähm, fechten. Mit einem, brauchen wir noch ein Schwert dafür. Dann sollen wir was klauen bei der Gouverneuren, glaube ich. Und das dritte habe ich vergessen. Deswegen wiederholen wir das Ganze mal ganz kurz. Ich rede nochmal mit denen. Joa, denen geht es noch nicht so gut, weil ich nämlich schon wieder vergessen... Ach, die Schatzsuche war es noch. Okay, da brauche ich gar nicht reden. Also die Fechterei, da brauchen wir... ...Schwert. Joa. Okay. Alles klar. Dann, ähm... ...mit dem Stählen. ...und die Hunde. Genau. Jetzt, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Alles klar. Okay, das mit dem Schatz, das lassen wir jetzt nochmal kurz... ...kürzen. Na, dann ist ja gut. So, dann gehen wir mal wieder. Ja, das mache ich aber herzlich gerne. Na gut. Oder sollen wir mal mit dem... ...mit dem... ...Koch hier reden? Kann man da auch noch was machen? Geht das? Hey! Okay, ich gehe schon nicht. Okay, 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 okay. Untersuche Kamin. Machen wir das doch. Gozy, ja, okay, danke. Gemütlich. Ja, ich möchte eigentlich auch hier lieber drin bleiben. Aber du willst ja unbedingt Pirat werden. Selber schuld. Der Hund hier, der ist immer noch da. So, dann gehen wir mal raus. Denn in das Gamba haben wir uns ja schon geguckt. Huch. Deep beneath Monkey Island, the ghost pirate Lechuk ship lies anchored in a river of lava. 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 Oh, nein. Irgendwas will der sagen. Irgendwas will der sagen. Ja, klar. Ja, ja, Herr. Glückwunsch. Glückwunsch zu hören. Jetzt, was für mich was, was du mich beschädigst? Ah, ja, Herr. Du siehst du, wir haben ein Problem auf Melee Island. Problem? Was mögliche Problem könnte es sein? Ich habe diese Sissy Piraten, so scared of the sea, sie sind Angst zu nehmen. Das habe ich schon gemerkt. Jo, ja. Ja, warte mal ab du. Na gut, ähm, ja. Sowas. Dann hat er also schon Wind von uns gekriegt. Das ist aber nicht gut. Trotzdem wollen wir doch erstmal hier die Gegend erkunden, wo wir denn überhaupt überall hin müssen. Na? Was untersuche? Untersuche was? Den Durchgang? Ach so, jetzt bin ich schon durch. Durch den Durchgang. Egal. Durchgang. Ja, das dachte ich mir fast. Hey. Warum kann man es dann? Gehe zur Tür. Oder erstmal zu dem, der so nervös hin und her guckt. Huch. Der ist einfach durch mich durchgegangen, Frechheit. So was. Äh, ach ja, genau. Haha, da komme ich da hinten wieder raus. Nett. Dann reden wir doch mal mit dem hier. Der ist schöner durch mich durch. Eine Geisterstadt. Naja. Wieso? Äh. Äh. Wie, nein, leider nicht. Nein, ich bin nicht. Äh. 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 Ah. Entschuldigung, aber... Oh, es ist nur du wieder. Ach komm. Ähm. Hier, mein Vetter Sven lässt grüßen. Das war doch bestimmt ein Code. Mein Vetter Sven sendet seine Begriffe. Ich sehe. Lass uns mit Business sprechen. Willst du eine Karte für den legendärer Verlust des Melee-Islandes kaufen? Ja, Logo. Äh. Du verkaufst bestimmt mehrere davon und es gibt nur eine. Ist klar. Ähm. Nein, danke. Ich habe nicht genug Geld. Ähm. Die will ich nicht. Ja. Ich bin mal ehrlich. Mal so. zur Abwechslung. Ich weiß nicht, danke. Ich habe nicht genug Geld. Well then. Buzz off, kid. Es ist schlecht für Business. Ja. Entschuldigung. Ich komme dann später wieder. Mano. Ähm. Ja. Geh, dih, 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 dih. Jo. Hey, nette Ratte. Wie kann man nur mit solchen Ungezieher aushalten? Kennt ihr Jungs diesen seltsamen Kerl dort auf der anderen Straßenseite? Sagt man, seid ihr Jungs Piraten? Ähm. Ich sag mal hier, hey nette Ratte. Hey, nice Ratte. Do you like Raten? Ja, ich liebe Ratten! Ähm. Nein, die kann ich nicht ausstehen? Also das mit dem Essen lass ich jetzt mal lieber. Ähm. Mach mal doch mal. Ja, ich liebe Ratten. Sie sind sehr intelligenter Kreaturen. Mhm. Besonders die. Deswegen Monkey Island. Ähm... Das ist ja fantastisch. Niemals brächten das ein paar dumme Affen fertig. Affen, nicht Affen. Mein Gott. Also, Affen sind nicht dumm, ja? Müssen wir hier klarzustellen. Ähm, 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 ja, ich bin mal ganz begeistert. Das ist fantastisch. Aber wahr! Wenn sie gekommen sind, haben sie das Land für eine schöne Pfanne gelandet. Nur die Zeit, wenn ich jemand gesehen habe, dann bekomme ich den besseren alten Stan in einem Deal. Hehehehehehe. Ich dachte, es waren Ratten. Ähm... Nee, seid ihr Piraten? Bestimmt nicht. Say, are you guys Pirates? No, we're a wandering circus troupe. But this rat scared away the elephant. Hehehe. Shut up! Selbst die Ratte lacht. Of course we're Pirates. You can't buy clothes like these off the rack. Wieso? What do you want? Ähm, 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 ja genau, warum steht ihr hier rum und seid nicht auf einem Schiff, rauben, plündern, Brandschatzen und so? Hä? Also wirklich, oder wie? Ich dachte, das war ein Scherz. Now you've depressed us. Go home. Scheimkleister. Nein, wieso denn? Jetzt frage ich sie doch mal über diesen Typ da mit dem Papagei da aus. The sneaky looking man on the opposite corner? Wanna buy a map, eh? Our maps are top quality. Not like the birdcaged liners you get from that clown across the street. Hm. Hm. Ja. Hm, hm, hm. Just kidding. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the melee idea of the PTA. Piratengewerkschaft, geil. Can't even give them away. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Want one? Äh. Nein, aber wenn ihr mit... Ja, das probiere ich jetzt doch mal. Ja. Okay, that's fair. Äh. Okay. Habe ich das jetzt bekommen? Tschüss. Tatsache. Das ist jetzt das Inventar. Das kann man hier mit, äh, mit der Taste I aufmachen. Muss ich auch erstmal rausfinden. Ähm. Untersuche. Ja, super. Wer kommt denn da immer durch? Und das schauen wir uns nochmal. Ja, ist klar. Die können bestimmt nicht richtig schreiben. Das dachte ich mir schon fast. Ähm. Ja, dann gehe ich doch nochmal zu ihm hier. Ich will jetzt so eine Schatzkarte haben. Hallo. Guten Tag, ich bin wieder da. Entschuldigung, aber Luke. Entschuldigung. Ich komme zurück für die Map für den legendärischen Loss-Tresor der Melee-Island. Jupp. Ich hoffe, du hast genug Geld this time gebracht. Ansichtssache? Nee, immer noch nicht genug Geld. Ach so, ich dachte. Ne, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Äh. Ja. Ja, ja, ja. Ich gehe schon. Ah, nun wo. Dann gehen wir mal jetzt zu der Tür. Na. Was gibt's da? Schließe, öffne, schließe. Ich will da doch nur reingehen. Kann ich da nicht reingehen? Hallo? Hörst du? Oh. 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 Wieso? Hm. Let's see. There's a jar of bat drippings. A box that says assorted scales. Wie? Assortierte Geräten? And some cat knuckles. Cat knuckles? How barbaric. Oh, du Mümüschen. Du willst doch Pirat werden. Da musst du sowas abkönnen, ey. Ich denke, ich höre schlangen. Schlangen? Wer weiß? Was haben wir hier feines? Ein Hühnchen. Hm. Was finden wir noch raus? Hm. Hm. Das finden wir noch raus. Ja, ich hab's aus für sie noch mal gedrückt. Entschuldigung. Was möglicherweise das haben könnte das haben? Oder ein kleines Ding. Whatever es war. Vielleicht das Abendessen. Der ist ganz schön empfindlich, hier, der Guybrush. Äh, da. Okay. Wie, der Becher in das Zimmermanns? Ja, und? Kann ich da eigentlich was nehmen? Nee, das ist eine andere Anzeige, wenn ich was nehmen kann. Das sind auch nochmal Hühner. Ich krieg Hunger. Sofa. Sofa. Ich schau das Sofa an. Ja, schön. Und wen haben wir da? Äh, ja. Ich heiße Guybrush Threepwood und bin Pirat. Lesen Sie aus der Hand? Werde ich steinreich oder lauschiges Plätzchen? Leider muss ich gehen. Na, wir doch einfach. Das habe ich doch gerade gesagt. Also voll blöd, ey. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Wow, das war großartig. Kennst du noch andere Tricks? Ich bin nicht in Tricks. Was ich weiß, ist die Wahrheit. Das ist Chlor. Ähm. Ja. Werde ich steinreich? Meine Mind-Reading-Skills, erzähl mir, es ist dein Zukunft, das du interessiert bist. Sind Sie sicher, das ist etwas, das du wirklich willst, zu wissen? Na ja, ja, eigentlich nicht, ne? Sagen Sie mir alles, was passieren wird, kriegt man dann die Inhaltsangabe von dem Spiel, oder wie? Ähm. 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 Sollen wir das mal ausprobieren? Ja, sag mir, alles, was mir passieren wird. Ich habe eine Vision. A Vision. Uh. Spooky. Ich sehe, dass ich eine Voyage, eine langen Voyage, ich sehe, dass du ein Schiff kapitänst. Ja. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Sie sehen, was? Ich sehe ein Giant Monke. Yikes. Yikes. Ich sehe. Warte. Es ist alles deutlich geworden. Deine Reise wird viele Punkte. Du wirst sehen, die Dinge besser leften, unzübreden. Du wirst hören, die besser leften, unzübreden. Ja, ja. Ist klar. Aber wenn er seine Bestimmung kennt, dann braucht er das doch nicht mehr. Kann ich da irgendwas mitnehmen? Habe ich irgendwie vergessen, was zu... Kann ich da nicht irgendwas nehmen? Kann ich nicht? Ich will die Hühner haben. Ich will das haben. 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 Warum kann ich das nicht nehmen? Konnte ich da nicht irgendwie eine Taste... Nee. Ach, nö. Schade. Dann halt nicht. So. Und, ähm... Ja, war jetzt sehr aufschlussreich. Wir haben... Obala. Wir haben ein bisschen mehr erfahren. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mauspad und der Steuerung, merke ich gerade. Sollte das vielleicht doch lieber mit der Maus spielen oder ganz mit der Tastatur? Nee, geht gar nicht. Mist. Ähm... Ja, da muss ich vielleicht noch was ändern mit der Steuerung. Na gut. Dann würde ich mal sagen, beende ich diese Folge hier. Ich bin ein bisschen irritiert von den Leuten, die da immer durch die Gegend rennen. Dabei weiß ich das ja eigentlich nur von früher. Egal. Ich finde die Ratte einfach nur so faszinierend hier. Die Ratten, die da das Schiff gesegelt haben und dann verkauft haben und einen sehr guten Preis ausgehandelt haben. Das finde ich irgendwie faszinierend. Ja, die Wahrsägerin ist ja... Ja. Ja, no comment. Okay. Ist klar. So, ich sage mal, ich bedanke mich fürs Zugucken. War jetzt ein bisschen seltsam, die Folge. Tut mir leid. Dankeschön fürs Zugucken, wie gesagt. Und tschüss.